Hi, ich bin Enrico von Outdoor BW und ich bin immer noch auf Rügen unterwegs gerade im Nationalpark und ich werde eine kleine Wanderung zum Königsstuhl unternehmen, dann vorbei in den Kreidefelsen und wenn du Lust hast mich mal wieder zu begleiten, dann sei dabei! Musik 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 Das sieht richtig klasse aus hier Geht immer wieder hoch und runter Ich würde am liebsten kräftig ein hier durch den ganzen Wald laufen Aber das Ganze ist natürlich ein Naturschutzgebiet Und das heißt abseits der Wege ist nicht geschattet Und da halte ich mich natürlich dran Aber das sieht so genial aus hier Wenn ihr mal hier seid, geht unbedingt in den Nationalpark Jasmund Das lohnt sich auf jeden Fall Musik 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 Also den Weg, den ich hier laufe, das ist schon fast mehr ein Kletterweg, richtig anspruchsvoll, aber macht richtig Spaß, durch die Wurzeln, über die Wurzeln, sehr schön. Musik 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 Spannende Musik Ja, richtiger Weg, weiter geht's. Ich bin jetzt vom Strand über so eine Serpentine nach oben wieder auf den Hochuferweg und jetzt geht's weiter zum Königsstuhl. Und jetzt geht's. 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 Musik. Das war jetzt der Königsstuhl. Und die für Rügen so bekannte Kreideküste war allerdings ziemlich voll mit Tourismus, deswegen habe ich da nicht viel erzählt. Eine wunderbare Aussicht auf die Ostsee. Leider zieht das Wetter zu. Ich habe mir auch schon mein Langarm-Shirt wieder angezogen, wenn's jetzt so langsam echt frisch. Musik. 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 Musik.